Oha 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 Jumping to location Ich finde das auch so geil so generell die ganzen Skript Sequenzen für Multiplayer finde ich super So da sind wir Wir können Richtung rennen am besten Ja einfach den Gegner rein rennen Ja ich habe auch die Echo-Vision das heißt ich kann durch die Wände zum Teil sehen wo sie sind So ein indirekter Wallhack ja 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 Oha danke Alter boah danke 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 Oha Der ist fast gestorben jetzt Ich muss mal ganz kurz was umstellen Nein ich bin gestorben jetzt scheiße Ah kacke Egal Ich muss mal dran glauben Egal Action irgendwie wird erst nächste Runde gestartet Lol Was spät ihr kaputt? Bom das schöne ist dass ich das so lange habe wie ich lebe Äh Brösel du bist die ganze Zeit am Team Chat reden Ne Oh mein Gott Jetzt nicht mehr Doch doch Egal Ey die Alter wie wir sie grad zernehmen Ich hab die Shotgun Ups Lol oh auf dem Dach Diese Dachcamper auf der Map ich hasse das Jetzt sollte es aber nicht mehr passieren Ja jetzt passiert es auch nicht mehr Bist du weg Ja Pass auf auf in der nächste Runde stehen die wieder oben drauf Was man Titan Power aber echt nicht antun kann Ob hier auf dieser Map auf dem Dach zu campen Oh Ich hab hier ein fettes LMG alter 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 der ist geplatzt Niiiice Einer hat nicht so nen Jump Kick Ey ne Ich liebe diese Ja das ist wie Knife Ich liebe diese Burn Card LMG Die ist so geil Oh mein So Achso sind sie so aus und freundlicher verdammt Ein Titan kommt auch Na warum mal einsteigen Alter Wo sind die ganzen Game Ah ok Hinter uns Ah Ach mein Titan ist ready Cool ich bin hier Ey da riecht Da ist noch Zeit Mich nimmt ein Titan aus Limbo oder was Haha Ich lernte alle Grunts töten Hey muss mal Tim Hier Ha? Muss mal Tim Kann ich grunnen Masha kannst du das also kurz machen Was wie wo wann Ah Tim und Tim unter Also Gary Gary Hallo Gary Hallo Gary Hallo Gary Oh 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 Guten Abend So ich hab nen Titan down down gemacht Sehr schön Ich hab nen Titan Was da? Auf wem kann man hier raufklettern? Auf Black Shadow kann man raufklettern Ja das freut mich doch Ja das freut mich doch Äh wie viel gehen der manchmal 6 gegen 6 oder 12 gegen 12 6 gegen 6 6 gegen 6 Ja das freut mich doch Ey es läuft aber auf Ist einer auf mir Wo? 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 Ich hab ihn Aus der Luft geholt Ja lass dich mal auf dein Schneißrücken drauf Ey mein Ping ist bei 92 Das geht halt Lauf von mir weg hier Ich hab mich selbst getötet mit aller Archi Sehr gut Sehr gut Ja Kann man auch nicht jeder Oh ein feinlicher Titan Fuck Nein hab ihn noch bekommen der Penner Shit Oh schon drei Tote die Die Runde Ist gut So aber ich werd mich jetzt verdrücken Nice Ciao Oh gut Euch noch viel Spaß Und geötet so viel wie ihr könnt Weil übermorgen ist äh Beta-Kick zu Ende Ja Gut schon Oh Waaah Ich hab nen Damagecore Wo sitzen diese blöde Titan Diese feindliche Ich hab nen Titan down gemacht Sehr schön Hab nen Titan down gemacht Sehr schön Hat ne 28 Sekunde Oh ich bin gestorben Boah Wenn ein Titan kommt Ah wir zerlegen die schon wieder Ich schnurre Ah ja Uah Der sind immer viele Boah Ah Boah Mein Titan hat den Dreck auf den anderen drauf Sehr gut Bam alter Ich hab aus dem Cockpit gerissen Ich liebe das ne Das ist so geil Level 10 Nächster Titan down Krass alter Vier Titan schon wieder Na Ciao Baaah vad Challenge completed Schon wieder Oha Wir nehmen den Satz Height розchroär SíĄ Ah, von hinten, von hinten. Björn, von hinten. Genau in die Richtung. Oh, und bei mir ist irgendeiner drauf. Ich boxe mich mit einem Titan grad kaputt. Ich hab ihn kaputt ge... Er hat mich rausgerissen. Das ist scheiße. Wie kam er da, kam? Äh, F. Also, nee, C glaub ich, bei Standard. Ich weiß nicht, wie er es eingestellt hat. Ich hab's auf F gelegt. Ja, Standard. Dann C. Oh, wir haben mich wieder gewonnen. Hast du den Hammer gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Jetzt müssen wir nur das Dropship machen. Genau. Boah, der Dönertricks hat hier... Alter, elf Piloten. Nice. Dönertricks für Hacker. Das mache. Oh Gott, da kamen drei Spieler, den konnt ihr auch nicht machen. Ich bin down. Komplett down. Ja, ich hab's schon sagen. Achtung, Lukas, da sind drei Piloten. Einen hab ich. Nein! Ah, ist schon vorbei. Das Dropship down gewesen. Nein! Das Dropship war noch nicht mal da, weil wir schon alle tot waren. LOL, geil! Haha! Sehr schön. Zwei Piloten-Kills, sie bringen die Kills. Guck da am besten nicht drauf. Fuck! What the fuck? Ich komm mit Titan-Folder nicht da, aber Wayne. Ich komm mit Titan-Foldern. ню. Das geht.